Da war noch die Druckplatte. Nein, ich kassiere immer noch ordentliche Hits. So, das machst du jetzt mal. Hehe. Waren das jetzt alle? Oh, hier ist noch ein Einsturz. In diesem scheint jedoch nichts zu sein. Okay. Den habe ich auch gecleart. Hier habe ich einen Weg aufgemacht. Hier habe ich gecleart. Hier bin ich reingekommen. Und hier war das eine Secret. Gut, jetzt Drachen. Um den Drachen was ins Maul stopfen. Ja. Oh. Die ist deaktiviert jetzt, oder wie? So. Bringt das was? Das war mir. – hit, Bin mir jetzt! Just focus hier. Hag mal zu, bitte schön. Und wir kommen heute... Augen wir kommen. Oh. Nein. Oh, mia. Oh, mo'. Oh. Oh! Oh, clear. Oh. Also ich sehe jetzt leider so direkt nicht, dass das was bringt. Au. Kriege ich jetzt... Ja, das tut weh. Ja, ich finde das zwar nett, dass wer dir das immer anzeigt. Au. Au. Nochmal au. Au. So, filmen wir mal wieder alles nach. Oh. Und weißt du, da geht's mal wieder. Oh. Also ja, ich habe so das Gefühl, die Dinger stoppen alles. Teleporter und Gegner. Ja, du stirbst einfach mal. Hm. Teleporter und Winde. Au. Ja, das ist immer Schmerzhaft. Das hier sieht unheimlich aus. Noch ein Dimension. Für was brauche ich noch ein Crosskey? Gut. Ich habe drei Teleporter hier. Oder einen Raum, in den ich mal wieder nicht reinkomme. Oh, ein Secret-Bereich. Eine Scroll. Fjordian Rune Wound. Ice Magic. Ist das sowas für dich? Eher. Alex here of life. Oh, dafür brauchen wir aber viel Zeug. Genau das Zeug haben wir gerade hier drin. Ja. Okay. Ja. Also die ganzen exquisiten Pflanzen machen ein Lebensding. Flash Freeze Das ist ein Torrent Spell Mortar Pestel Frostbomb Divide Tincture Ah, damit kann ich ein Cursed Item entcursen Das ist schon mal gut zu wissen Sollte ich mir aufschreiben Also Gaia Belm Plus Grim Cap Plus Doodrop Root Cap Plus Do Root Plus Cave Nettle Gut Okay, ich kann mich hier mal auftanken Hm Und das hier ist der Teleport zurück Gut, weil sonst ist hier nichts mehr Ach du meine Güte Nein, das ist nicht so toll Nein, das ist nicht so toll Ach herrje, wie die Ach herrje, wie die Wow Zu viel Feed Zeug Viel zu viel Feed Zeug Boah, da ist noch mehr Das ist nicht so schön Ach herrje Es war schön Okay Das wir hier das Schwert haben Das wir hier das Schwert haben Das wir hier das Schwert haben naja, dann müssen wir halt so kämpfen wenn das etwas schmerzlich werden könnte ein level up ja ja, nicht schlecht verlecken oh, was habe ich jetzt gerade benutzt ok ja 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 Vielen Dank.